Hallo und weiter geht's mit Let's Play Gothic 4. Ich hab zwar vergessen, was wir jetzt machen müssen, aber ich gehe einfach mal wieder aus der Hölle, denn wir kommen so irrsinnig weiter. Was macht Killian noch da? Ey, was machst du da? Ein rostiges Schwert und ein Westen-Elixier. Ich weiß zwar nicht genau, was das Westen-Elixier bringt, aber... Man kann einfach alles looten, ist ja scheißegal. Oh, Äpfel. Nee, Äpfel. Alles was Rotes ist Äpfel, ne? Wow, soll man damit anfangen? Egal, egal. Ich gucke erstmal... Vielleicht... Ach, ich suche erstmal die Schlacht. Beziehungsweise den Ort, wo die Schlacht... ... stattgefunden hat. Mhm. Dann wollen wir hier lang. Oh, da ist irgendwas. Oh, diese Wölfe. Ja, jetzt... Kommt. Ah, du stirbst. Jetzt auch noch. Ich meine, oh, Mighty Power hast du sowieso keine Chance. Lü, 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 lü. Da hinten brennt irgendwas. Und der Regen hat auf... Awww. Was machen diese ganzen Dämonen hier? Was heißt denn noch, dass ihr Dämonen seid? Hat der eine gesagt. Und der lügt nicht. Meine Haarbräcke wird euch zerfetzen. Und was ist da hinten los? Leichenpilze, ich sag's jetzt schon. Was ist denn das? Ah. Aber der Blitz kann die hier hinten austern. Das finde ich nicht so richtig gut, weil dann... Boah, diese Bogenschütze haben auch keine Chance mehr. Knohofenzer, Knohofenzer. Ich kann jetzt mal die Pilze oder whatever. Was auch immer hier wächst, einsammeln. Ne, das sind... Doran. Ja, was soll ich hier machen? Hast du eine Standarte gesehen? Das silberne Wappenbeere von Sitarif auf Königslaumengrund. Lass mich raten. Du bist Doran. Giltor macht sich Sorgen um dich. Giltor? Will er, dass du mich zurück zur Burg bringst? Genau. Das kannst du vergessen. Ohne die Standarte meines Herrn kehre ich nicht zurück. Niemals. Komm schon. Giltor hat zur Zeit ganz andere Sorgen. Er wird dir wegen der Standarte keinen Ärger machen. Ich... Ich fürchte mich nicht vor Ärger. Was ist denn das Problem? Wenn ich ohne Standarte zurückginge, ich... Ich wäre entehrt. Für immer. Na schön. Weißt du was? Ich helfe dir. Wo hast du schon überall nach der Standarte gesucht? Ich habe das Schlachtfeld zweimal durchkämmt. Sie muss hier irgendwo sein. Begraben unter Tod und Asche. Vielleicht hat sie jemand entwendet? Wer sollte das gewesen sein? Die Goblins. Die Goblins? Ja, die Goblins. Sie haben die Leichen geflädert und die Verwundeten getötet. Erst mit den Dienern des Kastellans an unserer Seite konnten wir sie vertreiben. Such du hier weiter. Ich schaue mich bei den Goblins um. Wo finde ich die Biester? Sie haben ihre Höhlen im Osten von hier. Sei aber vorsichtig. Ihre Zähne sind ziemlich spitz. Das sind meine auch. Ah, hier sind die ganzen Leichen. Und die Pilze. Drei Stück brauche ich nur. Pfeile, Pfeile, Schrott, Crap, Crap. Was immer. Was treibt dich zu diesem Ort des Todes und der Trauer, Fremder? Tod und Trauer sind meine ständigen Begleiter. Was machst du hier? Ich bin Kraglan, der Großmeister der Waldläufergilde. Ich suche nach Überlebenden der Schlacht. Sieht nicht gut aus. Meine Leute haben einen hohen Preis bezahlt für ihren Eifer. Wenn ich doch nur meinen Neffen finden könnte. Deinen Neffen? Sein Name ist Kilian. Er ist seit der Schlacht verschollen. Die habe ich schon gefunden. Juhu! Ich kann dir bei der Suche nach deinem Neffen helfen. Ich bin Kilian in einer Höhle in der Nähe des Holzfällerlagers begegnet. Er hat dort vor Wölfen Zuflucht gesucht, die er für Dämonen gehalten hat. Wölfe? Dämonen? Ist er wohl auf? Keine Sorge. Es waren nur einfache Wölfe. Jetzt sind sie tot und der Neffe dürfte inzwischen in der Burg angekommen sein. Danke, Fremder. Danke. Meine Schwester Semele hat bereits um sein Leben gebangt. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber es wird dir gute Dienste leisten. Besser als gar nichts. Ein Wolfschild, was ich nicht gebrauchen kann. Sei nicht gegrüßt. Okay, erstmal wieder zu diesem komischen, der die Pilze wollte. Okay. Wo geht's denn lang? Wahrscheinlich zum Außenverzeichnen. Okay, nicht nur wahrscheinlich. Ganz bestimmt. Los, ogo, ogo, ogo. Ja, da vorne. Ah, da vorne. Da ist er auch schon. Die Morcheln. Die Pilze. Hast du sie? Ja. Wo sind deine Leichenpilze? Ja, wunderbar. Alles, was jetzt noch fehlt, ist ein frischer Totenschädel. Totenschädel. Lass dich anschauen. Ja? Dein Kopf wäre ein prächtiger Schädel. Mein Kopf? Also, den töd ich. Total irre. Stirb, du krankes Schwein. Oh, ja, darauf. Mein Schädel. Gib mir meinen Schädel. Was für? Was ein Crap behinderter. Euchimistenrezept für die Potenzierung geringer. Gedönse. Ach, und. Gezang ist der tot. Ist ja was. Ne. So, ich wusste gar nicht, was ich jetzt noch machen muss. Erstmal Inventar. Äh. Ach. Fehlender, das ist Crap. Ach. Ich hab noch einen Haufen von diesen. Rezepten, die ich überhaupt. Eigentlich gar nicht benutzen. Äh. Feuerfall. Keine Runen. So was? Ne. Schinden. Ja, aber egal. Brauch ich nicht. Ich geh mal wieder zurück. So, ist noch gar nicht bereit. Oder? Die Heilnis. Ach, der ist stimmt. Die Heilnis. Aber. Boah, ist doch bereit. Geht doch. Hier ist nicht die Burg. Wo ist die Burg? Wo ist die Burg? Ich geh mal in diese Richtung. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier ist sie lang. Ja, das ist der richtige Weg. Naja, okay, richtig, weiß ich nicht. Ich will einfach nur da lang. Standarte, Standarte. Mut, tschüss, grande, standarte. Okay. Zieh was. Ne, ne. Einfach diesen Weg entlang. Was ist das da oben denn? Wollen wir mal draufballern. Kann ja nicht schaden. Okay, das ist hell. Zehn Meter oder... Oh, ne. War... Wieder immer fight gegen... Was aber das ist. Was ist das denn? Was sind das für Dinger? Leichenfresser. Juru, Juku. Was? Slow over, ich linge echt. Wow, das ist noch einer. Fahr, wreck. Und zack, backflip. So, ist das jetzt? Juru. Juju, Juku. Juju, Juku. Ah. Ha. Das wollt ihr unbedingt haben. Hab ich mir schon immer gewünscht. Boah. Ja, du kannst nix. Das wissen wir alle ganz genau. Das brauchst du uns gar nicht vorzuführen. Das könnt ihr mir schon denken. Ach, diese Fights... Oh, sind noch einer. Egal, ich loo den erst. Die waren sowieso so gut wie gar nicht schon. So, jetzt war noch... So, einfach ist das. Eine Hole, eine Hole. Noch mehr Feinde. Ich glaube, hier sind die Standarte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe in dieser Folge. Das müsste aber... Boah, f***. Das ist weg, ihr. Zurückgeblieben. Wow. Oh, jetzt lass das mal. Ich hab's keine Zeit zu loben. Ich geh einfach rein. Da sind sie. Da sind sie. Hoffe ich. Ja, witzig. Genau dahinter, ne? Ich glaub nicht, dass ich das in dieser Folge noch schaffe. Das blockt doch nicht. Wow, nein. Okay. Es ist ziemlich rot. Nein! Nein! Alter, nee. Echt. Boah. Naja, es ist sowieso... Die Folge ist schon fast voll, misst du eigentlich. Und wir holen uns einfach die Standarte beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Morio589 Servus allerseits.